Sie empfinden aus einer Stelle gar nicht den Trost, der da drin gegeben ist. Sie verstehen es dann nicht. Und der Teufel arbeitet natürlich in seiner Weise auch und sagt, siehst du, du bist verurteilt und verdammt. Dabei sagt die Stelle was ganz anderes aus. Sie lädt ein. Es ist nicht jedermann gegeben. Petrus schreibt das ja auch in seinem zweiten Brief. Und das soll für diese Erkenntnis Pate stehen, was hier also ausgesagt wird im dritten Kapitel, Vers 15. Die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen. Welche die Ungelehrigen und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Also die Leichtfertigen und Ungelehrigen, das heißt nicht nur diejenigen, die sich nicht lehren lassen wollen, sondern die an dem Punkt die Lehre selber nicht so empfangen können von Gott, sondern gelehrt werden müssen, wollen aber doch ein Ergebnis daraus holen, verdrehen die Schrift, weil sie sie nicht verstehen. Und geben sie gegen sich selbst verdreht weiter und auch gegen andere verdreht weiter. Manchmal ist es da wiederum auch, und da verstehe ich das Wort im Hebräerbrief, traurig, wenn man über eine bestimmte Sache mit jemand redet und sagt, schau, das Wort sagt es so und so. Und dann machen sie das genauso weiter anschließend wie zuvor. Es hat nicht geholfen, die Lehre. Sie haben sich selbst in einer Weise gelehrt, wie sie Schrift es gar nicht sagt, und engen sich in eine Zwangsjacke hinein und denken, warum sind sie keine frohen Christen. Lassen sich aber oft nicht lehren. Lassen sich nicht die Freiheit Christi und die Heiligung in Jesus zeigen. Sie verdrehen das Wort zu ihrer eigenen Verdammnis oder Verurteilung, zu ihrer eigenen Niederung, in der sie dann leben müssen. Denn in 1. Korinther 3, Vers 2 sagt ja der Apostel Paulus, dass auch das Verständnis bei den Gläubigen wachstümlich ist. Sie müssen sich immer wieder lehren lassen. Es ist wachstümlich. Und er sagt zu ihnen, zu den Korinthern, ihr seid ja wie die Kinder. Ihr könnt jetzt noch nicht verstehen, was ich euch sage. Ihr könnt es jetzt immer noch nicht verstehen. Aber ihr werdet es verstehen, wenn ihr euch weiter unterrichten lasst. 1. Korinther 3, Vers 2. Weil der Herr als der größte Lehrer die Gemeindelehrer gesandt hat, damit sie in den Wachstumsstadium der Gemeinde ständig unterrichten, unterweisen, sollen diese beobachtet werden und ihr Wort geachtet werden, angenommen werden und sollen auch nicht geehrt werden im Sinne menschlicher Ehrung, sondern im Sinne göttlicher Ehrung. Insofern, dass man sagt, Jesus Christus, danke, dass du uns hilfst. 1. Timotheus 5, Vers 17 Werden ja auch gerade diejenigen, die diese Unterweisung weitergeben, hier hervorgehoben, dass sie also nicht nur im Hören beachtet werden, sondern dass man ihnen auch den Freiraum schafft, dieses Reden weitergeben zu können. Und zwar, wie ist der Freiraum zu schaffen? Wir wissen das bei den Missionaren oder auch anderen, dass sie materiell und auch geistlich ermuntert und unterstützt werden, dass sie also nicht in einen Engpass geraten, wo sie dann nicht mehr unterrichten können. 1. Timotheus 5, Vers 17 Die Ältesten, die wohl vorstehen, die halte man doppelter Ehre wert, sonderlich die der Arbeiten im Wort und in der Lehre, weil dadurch Gemeinde gefördert wird. Und das Letzte, das Mittragen. Bei allen herausgehobenen Diensten in der Gemeinde soll bewusst bleiben, dass nur einer der Herr und Meister ist und das ist Jesus Christus. Nicht der, der den Dienst versieht, ist der Große, sondern Christus ist immer der Große. Der andere ist nur ein Gefäß, ein Dienstgefäß, das der Herr gebraucht. Und dazu soll das Dienstgefäß willig sein. Darum sagte der Schreiber des Hebräerbriefes im Blick auf sein Amt, dass der Lehrer, der Wegweiser durch das Wort Gottes für andere ist, auch das Gebet braucht, betet für uns. Also er beugt sich demütig darunter und sagt nicht, hört auf mich, sondern hört auf den Herrn und betet für uns, dass auch wir weiter auf den Herrn hören können. Dieser besondere herausgehobene Diener ruht sich nicht aus auf seinem Stand und er reiht sich auch nicht als groß in den Leib der Gemeinde Jesu ein, sondern er ist nur einer von vielen, der durch die Liebe Gottes getragen wird und auch Wachstum nötig hat. Nicht die Beachtung des Gesetzes ist dann die oberste Priorität, sondern die Beachtung der Liebe Jesu unter allen, unter uns. Und dabei beachten auch die Lehrer und alle Priesterseelen, ein gutes Gewissen vor Gott mit allen Mitläubigen haben zu können. Paulus schrieb an Titus diesbezüglich in Kapitel 2, Vers 7 und 8 und sagt, begib dich selbst zu einem Vorbild. In Worten, in Werken der unverfälschten Lehre, in der Würde, in der unantastbaren Rede, damit der Widersacher nichts hat, Schlechtes über uns zu reden. Gib dich selbst zu einem Vorbild. Betet für uns, das ist diese Aussage, dass dies geschieht, wollte der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagen, dass wir so leben können, dass der Widersacher nichts gegen uns haben kann. Das gegenseitige Tragen im Gebet hilft zur Beständigkeit, im Auftrag und im Dienst. So Hebräer 13, Vers 17. Schaut auf die Lehrer, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Je mehr also die Gemeinde den Gehorsam des Glaubens und nicht der Gesetzlichkeit gegenüber zulässt, das Wort Gottes durch die Ältesten der Gemeinde beachtet, desto eher werden sie weiter unterrichtet in den Geheimnissen Gottes, sein Plan mit der Gemeinde, sein Plan mit Israel über die Zeit seiner Wiederkunft und die zunehmende Freude auf die himmlische Herrlichkeit, das ewige Leben im himmlischen Jerusalem. Tut solches, damit ich umso schneller zu euch komme, hießen die Worte, die wir gelesen haben. Das bedeutet einfach, geht auf diese Rede ein und wenn ihr darin gewachsen seid, dann darf ich umso schneller kommen, um euch weiter zu unterrichten. Und wenn ihr unterrichtet seid und wachst darin weiter, dann darf ich wiederkommen und wieder weiteres sagen. Betet für uns und geht darauf ein, damit ich schnell wieder zu euch kommen kann. Denn wir haben, wie wir es vorhin sagten, noch nicht alles erfahren, was wir erfahren sollen. Nathanael war erstaunt, was Jesus ihm sagte. Ich habe dich gesehen, Nathanael, wie du unter dem Baum dort saßt. Ja, du bist der Messias. Nathanael, du wirst noch Größeres erfahren. Was du jetzt erlebt hast, ist nicht alles. Du sollst und musst Größeres erfahren. Sei offen, mach dich bereit dafür. Gottes Liebe in Jesus ist für alle da. Und die Zeugniskraft in dieser Welt soll in der Gemeinde Jesu immer mehr zunehmen. Nie abnehmen. Immer mehr zunehmen. Bis zur Aufnahme der Gemeinde in die himmlischen Örter. Soweit zu diesem Thema, zu den Versen aus dem Hebräerbrief über die Aufgabe der Lehrer und die Beachtung der Lehre. Jürgen, die Beachtung der Freude Vielen Dank.